Sie ist ein Ereignis. Ein Naturereignis. Ich spreche von Jamal Bovary. Unglaublich, in welchen Zustand mich diese Frau versetzt hat. Diese Frau ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das in ihren kühnsten Sehnsüchten wunderbarer nicht sein könnte. Sie ist eine Frau, die sie in einen Zustand versetzen wird. Ich schwöre es Ihnen. Es ist überwältigend. Bombastisch. Eine Atombombe. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich hatte schon so einige Bomben in den Händen. Aber das hier, das toppt alles. Wie sie die Bäckerei betritt. Sich ein Croissant nimmt. Kurz und gut lassen sie sich verführen von der entzückenden Jamal Bovary. Untertitelung des ZDF für funk, 2017